Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge würde ich jetzt schon eher mal behaupten und zwar von Hyrule Warriors, ja. Zeiterfährung haben wir wirklich lange nicht mehr gespielt, aber ich hoffe, dass trotzdem das Spiel weiterhin Freude bereiten wird. Ja und deshalb würde ich sagen, würde ich sagen, geht das erst mal weiter, ne? Das brauchen wir da auch wieder, brauchen wir auch die Sachen, die wir nicht haben. Das haben wir auch natürlich nicht. Das Spiel wird natürlich nicht zu 100% gespielt. Ich darf keine Last sein! Ja, das machen wir, würde ich sagen, ein anderes Mal. Heute geht es jetzt erst mal mit der Hauptstory weiter sein und das können wir machen. Jetzt geht es erst mal mit der Hauptstory weiter. Und zwar eine ganze Gründung. Also jetzt ist erst mal hier Truppe. So, okay. Das ist, oder? Schauen wir mal her. Er erzählt euch mal etwas, was ich kann. Was? Waffe, ja. Das ist ja das Einzige. Das ist da als Waffe. Und da würde ich jetzt erst mal die Geschwärtsprototyp bevorzeln. Ja. Genau. Bisher. Rezepte, ja. Die Gerudo leben in einem Dorf der gleichnamigen Region. Sie sind ein starkes und stolzes Volk der Wüste, das ausschließlich aus Frauen besteht. Aufgrund ihres herausragenden Geschicks im Kampf sowie ihrer Fähigkeit, über den Blitz zu gebieten, fiel die Wahl des Piloten für den Titanen Varna Boris auf Urbosa, die Anführerin der Gerudo. Auch verband sie eine enge Freundschaft mit der verstorbenen Königin von Hyrule. Mit Link an ihrer Seite trat Zelda nun die Reise nach Gerudo-Stadt an, nicht ahnend, dass sie auf dem Weg eine überraschende Begegnung erwarten würde. Warum? Warum greifen die Gerudo uns an? Das werden wir wohl Königin Urbosa selbst fragen müssen. Ja, ähm, es geht schon los. Äh, ja, äh, ich hab hier überhaupt, ich war urlang schon in einem Spiel, Ich hab überhaupt keine Anwalt für Aufschlaste. Ähm, moine, moine, ähm, hallo? Ja, mal, hallo? HALLO? Hm. Okay. Okay. Ich übernehme, Link. Ja, genau. Was ist denn das denn jetzt? Ja, ich kenne Link. Wo ist Taylor? Die ist dort vorne. Was? Ja. Halt! Halt! Schmetterangriff! Ja. So, jetzt hier. Zack. Angriff! So, das ist starke Schwerte. Hallo? Ja. 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 Link! Ja, genau, Link. Ja, du bist die ganzen Anliegen. So. Ja. Hallo? 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 Ja. 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 Angriff! Untersteh' dich! Los! Wir haben das ja jetzt alles unter Kontrolle! Ja. Wir gehen hier. Auf 12. Ja. Wir gehen hier alles unter Kontrolle! Wir nehmen das Lager einfach. Alles gut. Kampfe gehen. Dann kommen die anderen zwei Gaben. Die hier verteidigen. Die müssen wir auch weiter. Ja. Ja, da. 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 Mit Angriff! Oh, Bad. Das ist nicht. Die Karte sagt, dass Zelda schon für uns ist. Die Karte sagt, dass Zelda schon für uns ist. Nein. Vur Spart качеγά! Zieht doch hier. Komm hoch. Ua Bosa, König in der Gerudo. Ua Bosa! Mう? Ja. Warum? Warum tust du das nur? Dein Schicksal endet hier, Prinzessin Zelda. Ich eilte hierher zurück. Doch niemals hätte ich gedacht, eine Situation wie diese vorzufinden. Urbosa? Bist du wohl auf, Prinzessin? Ja. Urbosa, Königin der Gerudo. Verflucht soll ich dir sein. Verflucht dafür, mir im Wege zu sein. Urbosa Fragezeichen? Ja, wohl eher nicht. Koga, Anführer der Jäger. Aber da ihr ja schon einmal hier seid! Übernehmen jetzt meine Jungs! Ja, das ist nur Bosa, okay. Ich weiß nicht, ob meine Charakter was für sie ist, um Winnie was zu tun. Impa! Link! Ey, verzieht euch hier! Das ist das Anwesen, also, Entschuldigung, von Urbosa. Dann, machen wir mal Urbosa. Ah, hier gibt es auch noch so eine Leistung. Oh, Bosa! So. Ähm, ein Moment hier. So, ganz kurz, jetzt nur hier. Oh, ja. Ähm. Ich hab jetzt schon die Laptor an, also, ich weiß nicht, wir haben es gar nicht. Und dann werden wir nicht verwendet. Okay. Ich werde es aufladen. Also Bosa wird, glaube ich, einer meiner Lieblingscharaktere, wo ich jetzt noch viel verblieben wechsle, weil Liegeoffizier ist doch hier was für mich. Also da bist du. Ich habe mich nicht gesehen. Ich wärste schon längst erledigt. Wie dodged? Achso. Ich weiß nicht. Okay. Er plus X. So. Hier. Zack. Schmetterangriff unerledigt. Das sollte ich nicht da sein. Also für euch. Eigentlich sollte ich nicht da sein. Nee, das ist doch... Moment. Das ist doch jetzt Mist. So. Das ist doch jetzt erledigt. Ähm, ja genau. Die Liegeoffiziere. Das war gut. Wir sind da alle. Er ist da weg. Ah. Oh. Oh. Ah. Warte. Auf rein. Angriff. Ah ja, genau. Jetzt haben wir hier noch kurz umgekehrt und dann nicht so. Ja, ja, jetzt sitzen wir hier. Moment, ich habe irgendwas gehört. Ich weiß jetzt nicht ob das stimmt, aber irgendwo gibt es hier auch eine Karte. Ich weiß nicht wo man die hier hat. So, genau, genau. Und jetzt kann ich hier, wenn ich, keine Ahnung, auf Link gehe zum Beispiel, kann ich den hier ein Befehl erteilen. Das finde ich besonders sehr cool, genau. Hier hinzugehen. Und, äh, genauso mit Zelda. Genau. Jetzt schicken wir mal alle, die wir hier haben, dorthin. Ach, Bockblins sind hier auf jeden Fall. Jetzt schicken wir Zelda auch noch hier hin. Ne? Genau, mit der Oposa gehen wir selbst da hin. So, oder? Nein, wir machen es anders. Das ist mir ehrlich gesagt, lieber Oposa, bitte gehen wir kurz dorthin, okay? Ja, genau. Und, ähm, ich wechsle jetzt auf Legeln. So. Denn wir müssen uns hier auch um die Bockblins kümmern. So, Apfelfahrt. Abmarsch. Ich... Ey, lassen wir auch ein paar übrig. Ich will auch noch Gegner von Gärna. Nicht nur von Gärna. Die, am Ende bekommen wir nur Unterstützung, ne? Und Gärna und, äh, so ein bisschen, äh, schon, das weiß man aus der ATV-Film, die auch immer so nicht, die, das ist, das ist, die hat so sehr, ja? Das ist, die filmen immer so nicht. Das ist, das ist genau... Ja. Ach, zieh dich doch! Ach, das möchte ich nicht. Ja. Ja, das ist wohl, ja. Ja! Das war ein Überfall! Äh, hallo? Das haben... Das reicht mir jetzt! Angriff! Aha! So, jetzt wird es hart und jetzt hier schmeckern. Und jetzt so. Und das war's. Ja, das... Sag mal, hallo? Klart auf, auf mich zu ziehen! So. Stopp! Sag mal, hallo? Oh! Wiega! Sag mal, ich war grad dabei so schön parieren. Den Pfeil zu probieren. Aber... Das ist, äh, das ist gut zu gestartet. Ich weiß nicht. Sind sie hier unendlich oder nicht? Echt? 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 So, jetzt abfährt. Natürlich. Nein, danke, ich habe jetzt auch verfahren. Ich sehe die Gegner mit einem, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so gedacht ist. Aber ich glaube, ich glaube nicht. Genau, mit einem lauten Fang. Ja, das finde ich aber eigentlich ganz gut, dass du das so eingebaut hast. So, und ein paar kamen auch so ein bisschen natürlich, dass es so gut ist. Das ist ja einfach so, ah. Ja. Das ist ja so genau. Das ist ja so gut. Jetzt wiederholt. Ich weiß nicht, aber ich kann es nicht mehr gut. Ich bin wirklich gut. Okay, ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Aber ich bin wirklich gut. Das war's für heute. 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 Gut. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Super! Endlich! Ich dachte, ich sterbe! Super! Ritterlicher Kämpf! Das war's für heute. 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 Ciao! Ciao!